Frauen sind ja so weich. Wenn sie sich die Haare kämmt, dann kann sie nicht schlau sein. Wenn ich das Ruder in die Hand nehme, sag ich mal, sag wir machen jetzt das, das und das, dann wird es als bossy, als zickig, als oh, die ist schwierig wahrgenommen. Und wenn ein Mann das macht, dann ist so, ja, der hat das, ja, der hat das drauf. Deutschland 2021. Chancengleichheit für Frauen im Beruf, auch heute noch oft, Fehlanzeige. Gender Pay Gap, fehlende Gleichstellung in Vorständen, zu wenig Vielfalt in Unternehmen, der ewige Konflikt zwischen Familie und Karriere und veraltete Stereotypen. Also es ist definitiv so, dass wir eben kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem haben. Wenn es so weiter ginge wie im letzten Jahr, dass es noch 100 Jahre dauert, bis man ein ausgeglichenes Verhältnis von Männern und Frauen hat, weil es einfach so schneckenlangsam geht. Aber es gibt sie. Frauen, die nicht einverstanden sind mit diesem Status Quo. Vorbilder, die Mut machen und zeigen, dass es geht. Gender Equality von der Theorie endlich in die Praxis zu bringen. Wir müssen jetzt Veränderung anstoßen. Wir schaffen das auch nur gemeinsam. The time is now. Yes, she can. Frauen verändern die Welt.